was geht ab liebe community herz willkommen heute zum silvester blog ihr habt ja gerade die ersten raketen gesehen der fanden batterie angezündet oder dave und es werden heute noch raketen folgen auf jeden fall um 0 uhr und wir haben auch glückskäse am start wir haben berliner am start zeige ich euch jetzt mal so leute auf jeden fall glückskäse am start rola berliner cracker dann hier raketen alkohol auch natürlich wunderkerzen riesen wunderkerzen hier konfetti richtig nice dann habe ich hier noch hier breakdown auch noch eine hier kanonenschläge vivian timo hier auf jeden fall noch hier das alkohol pringels nice nice so leute das jahr 2019 ist fast zu ende und ich wollte noch mal danke an euch sagen an jeden einzelnen fühlt euch gedrückt auf jeden fall danke für den starken support an jeden einzelnen von euch ich hoffe 2020 richtig krass und ja dafür zünde ich jetzt für euch ein wunderkerzen ja maurice erstmal moin ja auf jeden fall kommen wir müssen einmal da lang die wunderkerze ist unser wegbegleiter hier ja ich habe mir was eigenes mitgebracht weil ich kein wackel ist kein problem die leute denken sich auch nur hier läuft so ein großer typ mit wunderkerze rum egal ist große wunderkerze also mein alters entsprechend danke auf jeden fall fürs jahr 2019 ihr seid die besten leute wach wach Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute, jetzt Kanonschläge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hey, alles Gute für deine Ziele. 10 K-Bus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.